Treffer! Und danach kommt Miraculous. Wie würdest du reagieren, wenn du plötzlich in einer seltsamen Fantasie-Meldung landest? Das Menschenmädchen Luz reagiert so. Ja, 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 ja! Denn sie hat einen Traum. Ich will eine Hexe werden. Wer bist du noch glücklich? Dank einer coolen Hexenmeisterin. Ich bin Ida, die Oil Lady. Und in dem Mund, König King, beginnt eine spannende Zeit als Hexenmeisterin. Wie uneinig lustige neue Serie. Ich werde dich nicht enttäuschen, Ida. Willkommen im Haus der Eulen. Ab Montag, 15.10 Uhr im Disney Channel. Jetzt kommt die Werbung. Tazen Rauf Bärchen Holly, Clidi und der Hugo Abenteuer vor der Züge Und wir sind bereit dafür Vier, vier Tazen Rauf Reinhard Bärchen, für eine bärenstarke Zeit Wann sind Ballons mehr als einfach Ballons? Hier kommen die... Nummer 1! Fülle sie mit Dingen, die du magst, Dingen, die du verschenken willst oder mit schönen Erinnerungen. Deine eigenen Stapel-Luns-Kreationen, die fantasievolle, neue Art persönliche Ballon-Kreationen zu erschaffen. Gefüllte Ballons, einfach selbst gemacht. Jetzt neu, von Boti. Safiras, Safiras. Die neuen Regenbogen-Safiras sind da. Sie leben in kleinen, bunten Häusern und haben wunderschöne Regenbogenflügel. Schau aus den Häusern deinen eigenen Regenbogen. Je mehr Häuser, umso größer wird dein Regen... ...Bogen, die Regenbogen-Safiras, nur von Simba. Das Fade-Lade-Burst-Vertical-Drop-Battle-Set. Die runden Spitzen mit der brandneuen Halber-Sphere-Technologie lassen die Blades die Wände hochrasen. Für noch mehr Action und ultimative Crashs sei die Nummer 1. Das Fade-Lade-Burst-Vertical-Drop-Battle-Set von Haspro. Barbie-Reitspaß-Spiel-Set. Pferd und Pony-Füttern. Ja, ein Pony! Auf... ...dem Reiterhof. Pferde pflegen und reiten macht so viel Spaß. Barbie-Reitspaß-Spiel-Set. Du kannst alles sein. Hast du Spaß am Zeichnen? Zeichenspiele waren noch nie so albern. Kannst du einen feiernden Schneemann zeichnen? Sei schnell, wenn du kannst. Pencilly zittert und übernimmt die Kontrolle. Geschafft 5 Punkte. Pencilly, das superalberne Zeichen- und Radespiel von Mutti. Georgs for Disney. Die neue Kollektion für viele Abenteuer zusammen mit Micky und Minnie. Georgs, der Schuh, der atmet. Und das Abenteuer beginnt. Sammle alle Münzen auf deinem Weg. Vorsicht, Lava! Spring auf deine Gegner. Komme rechtzeitig ans Ziel. Und bau dir dann einen neuen Level. Mit Bowser! Lego Super Mario. Deine Levels, deine Abenteuer. Ein Robohai greift Hot Wheels City an. Wer schafft den Sprung durch sein Maul? Herausforderung angenommen. Ein Fahrzeug endet als Heifischmutter und wechselt die Farbe. Aber jetzt geschafft! Hot Wheels City Robohai-Angriff-Spiel-Set. Jetzt neu. Ein spannendes Abenteuer wartet auf dich mit den neuen Pokémon-Figuren. Nimm an spannenden Duellen teil, während du in ewischen Pokémon-Battles durch die Lüfte fliegst. Neue Pokémon-Figuren von Mutti. Einzell erhältlich. Jetzt neu im Happy Meal. Leckeres Obst und flauschige Teenie-Beenie-Boos mit Augen, die im Dunkeln leuchten. Bei uns zu Hause können jetzt alle richtig in Bewegung kommen. Mit Ring Fit Adventure kann ich nur mal meine spannende Abenteuerwelt entdecken, sondern wir sind... Alle mit dabei. Die vielen verschiedenen Übungen und Minispiele sorgen für jede Menge Abwechslung und richtig viel Spielspaß. Ring Fit Adventure. Nur für Nintendo Switch. Hier kommt Glibby, der ultimative Spaß für die Badewanne. Jetzt kannst du Wasser in Glibby verwandeln und in fantastische Welten eintauchen. Der neue Glibby-Spaß wird drinnen und draußen. Glibby gibt es in den Farben. Lava Rot, Prinzessinnen Rot. Dschungelgrün und Tiefsee Blau. Hautverträglichkeit bestätigt. Glibby, nur von Simba. Schigli-Pub, dein süßester Welpe. Mit nur einer Berührung beginnt die Musik. Schigli-Pub läuft, widelt mit dem Schwanz und tanzt. Er ist so weich. Schigli-Pub, dein süßester Welpe. Von Boti. Glibby Boom. Zauber deinen wunderschönen Regenbogen in deine Badewanne. Glibby Boom. Nur von Simba. L-O-L-Surprise. L-O-L-Surprise. O-M-G. L-O-L-Surprise. Hier kommen die, die Grundverschwestern. L-O-L-Surprise. O-M-G Serie 3. Mit vier neuen Puppen. Rola-Chicks. Da-Boss. Chillax. Und Classpress. Mit 20 coolen Überraschungen und Mega-Outfits. L-O-L-Surprise. O-M-G Serie 3. Vom ersten Augenblick an vertraut ihr Baby ihnen am meisten. Wickeln sie es daher in die Windel, deren Hautverträglichkeit Hebammen überzeugt. Die neuen Pampers Premium Protection. So weich wie nie zuvor. Für bis zu 12 Stunden Trockenheit. Damit sich ihr Baby rundum wohl und geborgen fühlt. Die neuen Pampers Premium Protection. Brutkäppchen. Gemeinsam den schönsten Märchen lauschen. Einfach magisch. Wechseln sie die Figur und los geht's. Ausgabe 1 nur 1,99 Euro. Okay Jungs, was kann das jetzt wieder? Baby ist uns klar! Candice wurde offenbar von australiertischen. Entführt. Operation Rettung von Candice ist bereits umstaff. Festhalten! Und los geht's! Ich bin nicht sicher, dass das ganze Universum daran schuld ist. Du hast recht! Vor allem sind Phineas und Ferb schuld. Phineas und Ferb, der Film. Candice gegen das Universum. Jetzt streamen auf Disney+. Ich bin nicht Mama von zwei Kindern. Ich bin die Mutter der drei Brachen. Ich bin kein Muskelberg, der Eisern... Hand ist stimmt. Ich bin was ich höre. Ich höre Mord. Hörbücher, Hörspiele, Original Podcasts. Mord. Jetzt kostenlos testen. Meine starken langen Haare machen auf mich stark. Mit meinen neuen starken Haaren mache ich dem Leben eine Ansage. Mit meinen langen Haaren springe ich Gender-Grenzen. Neu. Pantene Provi Miracles Grow Strong. Mit Bambus und Biotin. Für stärkeres und längeres Haar. Erwecke dein Haar und deine Stärke. Das war die Werbung. Fliegt einer Kuba los, heißt es. Tick, verwandle mich. Miraculous Ladybug. Miraculous Ladybug! Miraculous Ladybug! Miraculous Ladybug! Heute 18.55 Uhr. Erlebe strahlende Momente mit Miraculous. Präsentiert von Oral B. Eine neue Mission. Der Kaiser braucht unsere Hilfe! Das ist krass! Neue Gegner! Ninja Frösche! Das ist krasser als krass! Und einen Bärenhunger. Mein Unterricht ist noch besser als ich dachte. In den neuen Folgen Kung Fu Panda ist der Bär los! Das war einfach der Hamm! Neue Folgen von Kung Fu Panda. Die Tatzen des Schicksals. Heute 19.45 Uhr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017